was zum teufel da sind doch was da sind doch nachrichten da muss man doch runterkommen was ist denn das was das für scheiß ich kann zeitlich besser der typ ist einfach zu stark für mich deswegen muss ich so machen was willst du jetzt machen zu deiner mutter ich habe in diesen bolzen so tief in seinen ausschnitt rein der lebt immer noch ich will diesen glitsch so hart abusen so lange es geht weil er so kacke stark und hat eine reichweite macht er jetzt so fertig spiele ich wie ein feigling vielleicht sehe ich aus wie ein feigling auf jeden fall ich krieg den sonst nicht hoch der ist so unfassbar stark ihr könnt von mir denken was ihr wollt aber solange diese tür zu ist bin ich sicher guckt ihr euch an da kommt ihr nicht rein die karmarschelle hätte ich verdient viele falle habe ich nicht mehr da muss doch mal umkippen ich trau mich nicht aber der geht so ab wie schmitz katze wie ich da raus geht er nimmt mich so auseinander jetzt 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 wird jetzt die losers spiel hier ich finde mir nicht so fucking team wären mit ihren laser schwerter near ankommen würden und Ich bin tot, Leute. Lass es gut sein. Jetzt habe ich bestimmt mindestens mal Super-Aids. Was ist das für ein Viech? Alles, was ich sehe, sind Schwänze und Ellbogen, wenn ich mir diesen Typen angucke. Was ist das für eine komische Kreatur? Und ich stehe mitten drunter und mittendrin und... Oh, der Achselschweiß. Aber so soll ich das machen, denn der ist doch windig. Oh, tot? Junge. Wo bin ich hier gelandet? Wer hält sich sowas als Haustier? Aber es stimmt den Leuten nicht. Apropos Haustiere, der liegt einfach mal ein Löwe. Moin. Mitten im Garten. Das kann was werden. Boah, der sieht auf. Lass mich, lass mich hier ruchen. Hier ist bestimmt eine unsichtbare Brücke. Nächste Generations-KI. Die sind... Boah. Wow. Das sind sie. Das müssen sie sein. Die berüchtigten Klimakleber. Bin ich ein Assi? Also, ich persönlich finde, das ist mehr ein Fall für die Ghostbusters. Damit kämpfe ich ja goldene Geister. Ist das so ein Fortnite-Skin, der? Der erste Eldenfürst. Der fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Bosskampf. Das ist einfach so, ja, keine Ahnung. Ohne Witz. Der war der leichteste Bosskampf aller Zeiten. Der, 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 der war nichts, war der, nichts, war der. Oh, was ist das denn schönes? Das hat so richtig Endkampf-Feeling da oben. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Ja, ich bin alt. Ja, ich leide maybe unter Gedächtnisverlust. Und ja, ich habe ein Alkoholproblem. Aber diesen Typen haben wir doch schon besiegt. Hat er überlebt? Und jetzt wird aus seinem komischen, krüppeligen Gehstock auf einmal so eine richtig krasse Sensen. Na gut, wir haben nicht einmal geschlagen. Wir schaffen es nochmal. Ich glaube, das ist er doch, oder? Ist das dasselbe? Ich weiß es nicht. Er sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Ein König im Bettlergewand, ist das die Story dahinter? Okay. Ui. Ja, das ist auf jeden Fall derselbe. Das sage ich dazu. Oh. Oh, ja, ja. Mh, 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 mh. Der ist ein bisschen schneller als die Vorgängervision. Aber wir versuchen es immer noch ohne Imitatorträne. Kann nicht sein, dass ich den Typen immer alles für mich machen lasse. Ich will ja auch zeigen, dass ich was drauf habe und Ellenringen, äh, würdig bin, den Thron zu besteigen. Deswegen schlagen wir den jetzt mal ohne. Mano, a mano. What the f- Was ist das? Wie? Ei, ei. Okay. Zum Glück... Oh, die fliegen ja immer noch. Was sind das für eine Attacke? Ich benutze das ganze Spiel einfach immer nur Schild und Schwert. Keine Zauberreihe. Keine... Keine Lichtsperre wie er hier oder so. Ah, 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 ah. Einmal nur Schild und Schwert. Oh, ich muss hier mal heilen. So, Kollege, um den Thron da kämpfen wir, wa? Mal sehen. Hässliches etwas. Oder du. Er sitzt. Wow. Jawohl. Der hat gesessen. What the f- Er wird zum Super Saiyajin. Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Das ist noch even my final form. Ist es jetzt soweit? Touch. Aber, aber, aber. Das ist alles... Oh, ho, 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 ungeschnitten, wollte ich gerade sagen. Ah. Oh, ho, 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 was ist das für ein Schad. Ich schaff den. Ich werde euch beweisen, dass ich es noch drauf habe. Ich brauche keine Imitator-Träne, um zu gewinnen. Die Imitator-Träne. Uff. Oh, was ist das für ein hammerharter Angriff. Oh, halbtot. Hm. Da sehe ich mich aber. Ah. 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 Scheiße. Ah, das war aber nochmal richtig abgegangen, der Junge. Ja, die deckt er mich jetzt noch, oder was? Na gut, fein. Ich habe die Imitator-Träne geschworen. Was willst du jetzt von mir? Hä? Willst du mich verklagen? Mir vollkommen egal, ob der Junge stirbt. Mensch, du dich first try. Ich habe es first try probiert. Hat nicht geklappt. Denn halt mit Imitator-Träne. Easy skin. Eeeh. 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 Bis zum nächsten Mal.